Ich werde euch den Hip-Hop bzw. Video-Hip-Part zeigen. Unsere Altersspanne ist relativ breit gefächert, es fängt bei ungefähr neun Jahren an und kennt da oben dann keine Grenzen. Ich werde euch verschiedene Versionen zeigen und werde dann auch sagen, welche Version ihr am besten tanzt, wenn ihr z.B. noch sehr jung seid oder sehr unerfahren seid in dem Bereich. Als Lied habe ich mir rausgesucht von Mack & Schwenker, Nice to meet you, ist sehr neu und es vereint meiner Meinung nach alle Aspekte von Hip-Hop und Video-Clip. Das heißt, selbst wenn du vielleicht nicht unbedingt der große Hip-Hop-Hop bist, gefällt dir vielleicht trotzdem dieses Lied und es ist eben so neu, dass es selbst Mack & Schwenker immer noch aktuell sein wird.